Mein Name ist Marie von den Benken, ich arbeite als Autorin, Model und Influencerin und bin Lavera-Testimonial. Es gibt mir ein gutes Gefühl zu wissen, dass ich meine Haut mit natürlichen Inhaltsstoffen pflege. Gerade auf der Fashion Week, wo es durch den straffen Terminplan auch mal sehr turbulent zugeht, weiß ich, dass ich mich auf die Produkte verlassen kann. Ein perfekter Begleiter ist der Lipgloss, der nicht nur super aussieht, sondern die Lippen gleichzeitig auch pflegt. Lavera steht für 100% zertifizierte Naturkosmetik, eine hohe Verträglichkeit und tolle Farbe. Darin liebe ich Lavera. Mein Name ist Marie von den Benken und mit Lavera fühle ich mich natürlich schön. Mit der Seite auf die Stadt und die Stadt.